Hi Leute, ich bin Janine. Ich bin heute für das Handwerk bei PP Performance. Jimmy ist einer der bekanntesten Autotuner. 90% am Tag ist die Software. Mathe war immer mein Spezialfach. Und da habe ich mich für die Mechaniker entschieden. Also ich habe nicht mehr daran gedacht, irgendwas anderes zu machen. Ich schreibe jede Software selber. Entpackt, aufgemacht, selber programmiert, wieder zugemacht. Macht's gut!